haben uns das Geld gut verdient und ja, so, gesundheitsmäßig schaut es wie folgt aus, dass es hier eigentlich alles sehr, sehr gut ist, eventuell werden wir hier noch ein großes Krankenhaus hinbauen, so, damit das halt hier auch alles versorgt wird, wenn mal ein Unfall ist oder sowas, aber hier in diesem Stadtteil ist eigentlich alles sehr, sehr gut, sicherheitsmäßig schaut es hier auch, naja, mittelprächtig aus eigentlich, da können wir hier noch ein kleines Revier hinbauen, so, und hier halt noch ein kleines Revier, wobei hier würde ich da schon zum mittleren Revier hin tentieren, weil hier wirklich sehr viel Krasses ist, so, dann macht man halt so, und brandschutzmäßig schaut es hier eigentlich überall ziemlich gut aus, außer hier oben, da können wir hier noch eine kleine Feuerwehrwache hinbauen, so, das braucht natürlich auch große Feuerwehren, deswegen hoffe ich, dass hier auch welche drin sind, also auch Leiterfahrzeuge und sowas, falls es da mal brennt, wobei hier habe ich das noch nie so gesehen, dass hier wirklich was brennt, also daher muss ich noch überlegen, ob das überhaupt so ist, also es hätten sie auch mal animieren können, dass es hier auch mal so Unfälle gibt oder sowas, ist ja der Fall bei City Skyline, was als Projekt bei mir nicht laufen wird, denke ich, zumindest nicht jetzt, oder jetzt in der nächsten Zeit, eventuell später einmal, so wie bei Train Fever, dass es da auch mal ein bisschen später läuft, aber versprechen kann ich dahingehend noch gar nichts, weil ich mir da überhaupt nicht sicher bin, und ja, wir haben jetzt, wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte, wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte, naja gut, okay, das ist jetzt halt alles so, wie es halt aktuell ist, ne, 100% freie Stellen haben wir hier in der Viererregion, obwohl ich hier auch schon welche gebaut habe, merkwürdig, die kommen jetzt halt alle hier hin, so, das wird halt hier dann noch ein bisschen enger werden alles, aber ich glaube nicht, dass es so das große Problem sein wird, so, so, und jetzt kann ich hier nämlich, was ich gerade vorhatte, ähm, eine größere Straße nehmen, und halt hier, so, und dann nehme ich hier ein bisschen Deko raus, ähm, und platziere das natürlich hier hin, so, what the fuck, so, und dann haben wir hier halt so einen kleinen grünen Streifen noch drinnen, ähm, natürlich nicht optimal, aber so ist es halt, es hat immer das Problem, und hier schauen wir uns jetzt mal an, hier ist Einwanderungsrate 100%, äh, freie Stellen 10%, 0%, das schaut soweit in Ordnung aus, ähm, wir brauchen hier hinten halt jetzt nochmal ein bisschen Gebäude, und dann haut das hier alles überall noch ein bisschen besser hin, so, wir werden uns jetzt natürlich noch, ach, ich will ja gar kein Wohngebäude bauen, ich will ja das hier hinten bauen, und, ja, das wird alles auf jeden Fall jetzt noch, äh, ziemlich groß werden hier, so, und dann gucken wir noch einmal hier so, genau, so, schaut super aus, ähm, haben wir uns jetzt noch ein bisschen hier weitergebildet, wir werden uns jetzt hier noch ein paar Wohnräume, äh, schaffen, was das hier angeht, haben wir zwar auch wiederum kaum Geld mehr, aber, ähm, wir brauchen das halt, äh, ich überlege gerade halt nochmal einen kleinen Darlehen aufzunehmen, damit das für uns halt, äh, technisch noch ein bisschen besser wird, geldmäßig, ich denke mal, das sollte aber alles noch im grünen Bereich sein, dass wir jetzt langsam natürlich, äh, wieder abbauen mit Geld, ist logisch, dadurch, dass wir jetzt gerade einen kleinen Kredit aufgenommen haben, aber, äh, ich glaube, wir werden jetzt hier langsam, dann doch schon wieder ein bisschen Plus aufbauen, ähm, Hightech-Industrie, wir brauchen halt noch ein bisschen Strom, noch ein bisschen Wasser, das muss ich halt kaufen, da bleibt mir nichts anderes übrig, leider, äh, Schwerindustrie haben wir sehr, sehr viel, was man importieren kann, oder exportieren kann, hier kraftstoffmäßig schaut es sehr, sehr gut aus, ungelernte Arbeitskräfte schaut sehr gut aus, ähm, was halt bei uns das Problem ist, ist halt Tourismus, gerade aktuell, können wir aber auch später nochmal ein bisschen schauen, ob wir danach um die Korb gehen, oder was schicken, oder halt hier ein bisschen nachschauen, ich meine, Frachtkapazität sind wir gerade bei 26,40, äh, müssen wir jetzt auch noch ein bisschen schauen, ob das besser wird oder nicht, und, ja, hier sieht man, hoffe ich jetzt gleich auch Fahrzeuge, dass die hier auch noch ein bisschen lang fahren, wäre sonst langweilig, aber anscheinend nur ganz wenige halt, äh, ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm, und, ja, hier steht halt, äh, ja, nichts Großes dran, so, das hier ist auch cool, äh, also, das haben sie hier schon ziemlich nice gemacht, das muss man, muss man einfach sagen, es ist, ist einfach alles nice geworden, und ja, hier gucken wir uns jetzt den Verkehr an, ist alles sehr gut, äh, hier damit ist natürlich jetzt mal nichts mehr los, was großartig ist, äh, weil sie halt hier alle auf die großen Straßen umsteigen, ähm, ähm, größeres brauchen wir jetzt auch nicht, also wir brauchen jetzt nicht nochmal so einen kleinen Schnitt reinbauen, das ist soweit eigentlich alles vollkommen in Ordnung, hier ist natürlich sehr, sehr viel los, äh, hier verkehrsmäßig schaut es hier natürlich, äh, besser aus als zuvor, natürlich auch allein geschulden der Busse, als des Busse-Unternehmens, weil wir hier halt ziemlich viel Möglichkeit haben, und hier sind sie halt alle so mittelmäßig zufrieden, nicht ganz hundertprozentig, was natürlich sehr schade ist, aber so ist es halt, man kann halt nicht immer zufrieden sein mit dem ganzen Unternehmen, sage ich jetzt mal, und ja, hier werden wir jetzt nochmal ein bisschen was bauen, so, ähm, ne, das ist schief, das ist blöd, äh, und das geht auch nicht, ähm, ja, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen Gedanken drüber machen, ob wir eventuell so sagen, hier so, aber das wird dann auch schief, ne, das wird schief, oder, oder, oder wird das schief, wird das schief, wird das schief, ich sehe das nicht so ganz, aber ich glaube nicht, und dann kann man halt so, verdammt, oh, schock, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, okay, das ist blöd, ähm, ich wollte eigentlich das da hinten machen, aber okay, so ist das halt, macht man halt so, shit, ich habe nicht genügend Geld, ähm, ja, das wird aber alles wieder, wir schaffen das, wir kommen auf jeden Fall nicht mehr so schnell ins Minus, bei 120.000 Einwohnern wäre das sehr, sehr schade, ähm, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt, äh, bald dann auch noch eine, nochmal eine neue Stadt anfangen müssen, ähm, da werde ich euch auch noch informieren, das wird aber alles in dieser Season stattfinden, also ich werde es nicht aufteilen, in andere Season zum Beispiel, äh, weil das einfach für mich gar keinen großartigen Sinn macht, sage ich jetzt einfach mal, und ich denke mal, das sollte trotzdem alles ordentlich werden, also wenn ich eine Season teile, das heißt, äh, wird dann halt nur dann stattfinden, wenn ich hier auch es, äh, praktisch schreibe, äh, wenn ich jetzt hier praktisch das hier beende, für ein paar Monate oder so, paar Tage, sage ich jetzt mal, oder paar Wochen und erst dann natürlich weitermache, so, dann ist es halt eine neue Season, logischerweise, aber so, wenn das jetzt so fortlaufen kommt, ich meine, wenn mal ein paar Tage Ruhe ist, äh, dann liegt das einfach daran, dass ich keine Zeit habe zum Aufnehmen, äh, das kommt in nächster, oder wird in nächster Zeit wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen häufiger vorkommen, als gewöhnlich, äh, tut mir dann natürlich schon mal leid, also ich entschuldige mich da jetzt schon mal dafür, ähm, aber ich denke mal, äh, es werden wir so großartig wirklich alles unter einen Hut kriegen, äh, wird schwierig, das sage ich euch jetzt auch schon, äh, dass es da sehr, sehr oft ein paar Probleme geben wird, aber ich hoffe, dass wir dann, früh oder später auf jeden Fall zusammen alles hinbekommen, so, hier strommäßig, wie schaut es da aus, kann man ja nochmal hier schauen, leider kann man das ja nicht irgendwo anders anschauen, ob wir halt liefern müssen, oder, äh, beziehen müssen, wir müssen hier beziehen, äh, strommäßig, logisch müssen wir beziehen, qualifizierte Arbeitskräfte, Führungskräfte, müssen wir hier auch nochmal ein bisschen schauen jetzt, äh, da merke ich gerade, dass wir hier auch wieder im Minus sind, äh, Strom, Kraftstoff, Kraftstoff, Kraftstoff,